Das erwartet dich 2024 an der Börse. Bevor wir aber da hinschauen, noch mal kurz der Blick zurück ins Jahr 2023. 2023 hat uns kräftige Zugewinne an der Börse gebracht, vor allem angeführt durch die großen Tech-Werte aus den USA, die getrieben wurden von der Euphorie rund um das Thema künstliche Intelligenz. Die gesamten Experten, Analysten an der Wall Street, aber auch hier in Europa, sind sich eigentlich weitgehend einig, auch 2024 wird ein gutes Börsenjahr. Ich zeige dir dazu einige Prognosen später in diesem Video. Ich muss allerdings persönlich sagen, ich fand es selten so schwierig, die Börsentwicklung für ein neues Jahr vorherzusagen, wie es für 2024 der Fall ist. Denn weder die Experten an der Wall Street oder hier in Europa, noch ich, keiner hat eine Glaskugel und wir wissen alle nicht, wie es tatsächlich ist. Ich habe dir deshalb in diesem Video drei Szenarien mitgebracht. Und wir müssen dann im Laufe des Jahres beobachten, wie wirklich die Entwicklung an der Börse ist, um dann zu entscheiden, in welchem Szenario wir uns gerade befinden. Je nachdem, in welchem Szenario wir uns befinden, müssen wir eben flexibel unsere Investitionsentscheidungen anpassen, um auf diese Unsicherheit auch passend reagieren zu können. In diesem Video werde ich dir diese drei Szenarien vorstellen, auch wie du dich in dem jeweiligen Szenario verhalten solltest als Anleger, aber auch, welche Risiken du achten musst, damit du dann erkennst, wann das eine Szenario in das andere übergeht und damit auch deine Entscheidungen entsprechend flexibel anpassen kannst. Bevor wir jetzt in die Details hineingehen, möchten wir noch erstmal einen Blick auf das große Ganze werfen. Unsere Frage ist doch, wie könnten sich denn die Aktienmärkte entwickeln, damit wir bessere Anlageentscheidungen treffen können. Dazu schauen wir uns zunächst einmal an, wenn wir mittel- bis langfristige Zeiträume betrachten und zwölf Monate kann man als mittelfristigen Zeitraum ansehen. Wovon hängen denn die Aktienkurse ab? Die hängen vor allem ab von den Bewertungen der Unternehmen. Und Bewertungen sind natürlich einerseits die Aktienkurse selbst, auf der anderen Seite sind es die Unternehmensgewinne. Unternehmensgewinne wiederum werden bestimmt durch die Wirtschaftsentwicklung und mittlerweile dadurch auch immer stärker die Geldpolitik, die wiederum dann eben die wirtschaftliche Entwicklung treibt. Aus diesem Grund machen wir in diesem Video Folgendes. Wir gucken uns in den drei Szenarien, drei verschiedene Konjunktur- und geldpolitische Szenarien an und schließen daraus, wie entwickeln sich die Unternehmensgewinne und daraus, welche Entwicklung für die Börse ist denn dadurch wahrscheinlich. Zunächst einmal schauen wir uns also an, wenn wir auf Konjunktur und Geldpolitik schauen, welche Regionen auf dieser Welt gibt es denn, die alleine stark sind, groß genug sind, dass sie auch wirklich die Weltkonjunktur antreiben können. Und da gibt es nur drei, die so groß sind. Das ist Europa, das ist China und das sind die USA. Und die drei wollen wir uns zunächst einmal anschauen. Die erste Weltregion, die wir uns anschauen wollen, das ist China. China war die Wachstumslokomotive nach der Finanzkrise 2008, 2009 als die Werkbank der Welt und hat wirklich den Rest der Weltwirtschaft aus der Krise herausgezogen. Aber heute hat China eine handfeste Immobilienkrise. Und man muss dazu wissen, die chinesische Bevölkerung hat 70% ihres Vermögens in Immobilien. Denn dort ist einfach der Aktienmarkt nicht so entwickelt und deswegen steckt das alles in Immobilien. Gleichzeitig wirken 50 Jahre Ein-Kind-Politik immer mehr auf die Demografie. Das heißt, es gibt immer mehr alte Menschen, die dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen und die darauf angewiesen sind, dass ihr eines Kind sie mit versorgt. Gleichzeitig stagnieren die Löhne in China oder sie fallen sogar. Und das bei Sinten in Immobilienpreisen. Das heißt, der arbeitende Teil der Bevölkerung in China wird immer mehr, gerät immer mehr unter Druck und somit bleibt der Konsum logischerweise schwach, weil einfach gar kein Geld mehr da ist, um den Konsum groß auszuweiten. Unter diesen Rahmenbedingungen muss man ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass China auch dieses Mal die große Lokomotive ist und die Weltwirtschaft wieder aus der Krise herauszieht, ist sehr, sehr gering. Im Gegenteil, China ist Teil der Krise und das dürfte sich auch 2024 aller Voraussicht nach erst einmal nicht ändern. Schauen wir auf Deutschland und Europa. Ja, Deutschland ist die bedeutendste Volkswirtschaft innerhalb Europas. Geht es Deutschland schlecht? Geht es Europa schlecht? Umgekehrt geht es Deutschland gut? Geht es auch Europa gut? Das ist einfach aufgrund der schieren Größe und Bedeutung Deutschlands innerhalb Europas, speziell innerhalb der Eurozone, einfach ein ganz normaler Zusammenhang. Schauen wir mal zurück auf das Jahr 2023. Hier ist die Wirtschaft in Europa nur sehr wenig gewachsen. Deutschland war sogar leicht in der Rezession. Und trotzdem notiert der DAX auf einem Allzeithoch. Auch der Eurozone 50 auf einem mehr als 20-Jahres-Hoch und das doch trotz schwacher Wirtschaft. Wie kann das sein? Es gibt dazu eigentlich nur einen einzigen Grund und das ist die Stärke der USA in Bezug auf die Wirtschaft und auf die Börse. Und daran anhängend sind eben DAX und der Eurozone 50 ebenfalls stark gestiegen. Zumal die Bewertungen in Europa deutlich geringer waren und auch immer noch sind als in den USA. Trotzdem, wie steht es um die Führungsrolle? Wie steht es darum, kann Deutschland, kann Europa hier die Weltwirtschaft wieder anziehen und anführen im Jahr 2024? Auch das ist eher unwahrscheinlich, denn Europa hat keine Führungsrolle in Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel der IT oder der E-Mobilität und bleibt deshalb schwach, da es mehr auf traditionelle Industrie angewiesen ist. Somit ist auch der Ausblick für 2024, wenn man sich Wirtschaftsforschungsinstitute, Banken ansieht, was prognostizieren deren Volkswirte? Da wird ein sehr geringes Wachstum von kleiner einem Prozent mehrheitlich erwartet, auch übrigens von der EZB, auch von den Regierungen. Und somit wird auch Europa wirtschaftlich, aber auch die Börse weiterhin von den USA abhängen und es wird entscheidend sein, was passiert in Amerika. Also, auch Europa wird nicht die Lokomotive sein 2024, sondern es bleiben nur noch die USA und darum werden wir jetzt eben auf die USA hauptsächlich blicken, weil dort entscheidet sich einfach die Richtung der Wirtschaft und auch der Börse im Jahr 2024. Schauen wir also auf die USA und blicken wir zurück zunächst auf das Jahr 2023. Hier hatten wir wirklich ein starkes Wirtschaftswachstum mit einem Gipfel im dritten Quartal, also der Zeit von Juli bis September, als der Sommer war und wirklich hier die Amerikaner konsumiert haben, verreist sind, Konzerte besucht haben. Als gäbe es kein Morgen mehr, als müssten sie alles seit 2020 auf einmal nachholen und es gab eben, auf eine Jahresrate hochgerechnet, ein Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent. Das ist ein absoluter Boom und man kann schon sagen, die Wirtschaft in Amerika ist heiß gelaufen. Das heißt, USA war wirklich die Wachstumslokomotive der Weltkonjunktur 2023 und wie schon gesagt, auch 2024 hängt die Konjunktur in den USA und hängt alles andere Konjunktur in den USA, wie geht es eben auch in anderen Teilen der Welt weiter. Jetzt fragt man sich natürlich, ja was ist denn der Grund, warum sind die USA so stark? Und da gab es im Wesentlichen zwei Gründe dafür. Zum einen die hohen Konsumausgaben, wie schon angesprochen, vor allem im Sommerquartal aufgrund der Überersparnisse. Die Amerikaner hatten Anfang des Jahres rund 2,5 Billionen US-Dollar an zusätzlichen Ersparnissen aus der Pandemiezeit noch auf der hohen Kante und das haben sie wirklich mit vollen Händen ausgegeben in diesem Jahr. Und natürlich, wenn dieses Geld plötzlich in den Markt kommt, dann befördert das die Nachfrage, dann heizt das die Nachfrage an und somit eben auch damit zunächst einmal das Wirtschaftswachstum. Der zweite Grund ist dann die Fiskalpolitik der US-Regierung, die mit milliardenschweren Subventionen hier die US-Wirtschaft versucht anzuschieben. Ja, während wir in Deutschland diskutieren über die Schuldenbremse, die 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Neuverschuldung erlaubt und jeder peinlich darauf schaut, dass wir auch wirklich die 3 Prozent aus dem Maastricht-Kriterien wieder einhalten in jedem Staat Europas, haben die Amerikaner alleine 2023 7 bis 8 Prozent Neuverschuldung. Und das wird sich im nächsten Jahr nicht verbessern, sondern im Gegenteil, das dürfte eher noch schlimmer werden. Prognosen gehen eher so in Richtung 8 bis 9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Neuverschuldung und daran sieht man, klar, das ist kein nachhaltiger Pfad, aber solange die amerikanische Regierung das durchhalten kann, solange irgendjemand der US-Regierung Geld gibt, was sie dann unters Volk bringen kann, ist das natürlich auch ganz klar einer der Treiber für die wirtschaftliche Stärke in Amerika. Das hat seine Wirkung auch an den Börsen entfaltet. S&P 500 und Nasdaq 100 sind auf neue Allzeithochs oder in der Nähe ihres Allzeithochs aus dem Jahr 2021 gestiegen. Hauptgrund dafür sind die großen 7, die Magnificent 7 Aktien, diese Big Techs und getrieben eben von dieser KI-Euphorie und zuletzt auch von dem Thema Zinssenkung, Zinssenkungseuphorie und das hat eben die Märkte jetzt auf diese neuen Allzeithochs gehievt. Der Ausblick für 2024 sieht so aus, dass eben ein robustes Wirtschaftswachstum erhalten bleibt. Robust heißt in dem Versuch zwischen 1 und 2 Prozent. Die FED selbst prognostiziert hier 1,4 Prozent Wachstum für 2024 und das bei einem gleichzeitigen Absinken der Inflation. Klingt also erstmal alles gar nicht so schlecht, aber schauen wir in die verschiedenen Szenarien hinein, was das wirklich bedeuten kann und vielleicht auch welche Veränderungen könnten sich ergeben und aus welchen Gründen könnten sich diese ergeben. Also, auf geht's! Bevor wir in die drei Szenarien jetzt reingehen, habe ich dir noch ein viertes Szenario mitgebracht. So, ich habe es eigentlich als Szenario 0 bezeichnet, das sogenannte No Landing. Warum, das wirst du gleich erfahren. Das No Landing, das ist wirklich so der Traum aller Börsianer, das absolute Goldilocks-Szenario. Das würde bedeuten, die Wirtschaft wächst weiter, noch stärker als schon 2023, wie das bei dem schon starken Wachstum 2023 in Amerika gehen soll. Das wäre schon wirklich ein absoluter Boom. Gleichzeitig würde aber in diesem Boom die Inflationsrate auf 2 Prozent fallen, die Notenbank senkt die Zinsen und stimuliert die Wirtschaft noch weiter mit einer lockeren Geldpolitik. Ja, das ist Goldilocks, das ist Träumerei, aber das ist völlig unrealistisch. Denn würde die Wirtschaft so stark wachsen, würde ja die Nachfrage nach Arbeitskräften, nach Rohstoffen entsprechend steigen und damit die Inflation wieder befeuern. Also das heißt, die FED könnte die Zinsen gar nicht senken, sondern im Gegenteil, sie müsste sie noch weiter anheben. Und wenn du dich das näher interessiert, ich habe dir ein Video hier verlinkt, da habe ich dir das alles mal im Detail erklärt, warum das überhaupt nicht geht, warum das nicht möglich ist. Und deswegen, ja, das ist dieses Jahr doch einige Mal durch die Presse gelaufen. No Landing-Szenario, aber das ist völlig unrealistisch. Und deswegen gebe ich ihm eine Wahrscheinlichkeit von 0 Prozent, dass das auch eintritt. Blicken wir also auf das erste richtige Szenario, das Soft Landing. Und dazu muss man erst mal sagen, das ist aktuell das Konsens-Szenario an der Wall Street. Also fast alle gehen eigentlich davon aus, es kommt genau zu diesem Soft Landing. Was heißt das? Schauen wir zunächst mal auf die Konjunktur und die Geldpolitik. Das würde also bedeuten, Soft Landing, die Wirtschaft wächst robust weiter, aber schon etwas schwächer als 2023. Hier siehst du auf dieser Grafik einmal Prognosen von vier US-Banken, was das Wachstum 2023 angeht. Das liegt so zwischen 1,3 und 1,9 Prozent. Also genau das. Weiterhin robust, aber doch etwas schwächer als 2023, als wir ja weit über 2 Prozent Wachstum in Amerika haben. Im weiteren Verlauf bedeutet das auch, dass die Inflation weiter zurückgeht in Richtung des 2-Prozent-Ziels, aber sie muss noch nicht unbedingt bei 2 Prozent liegen, wird sie auch in diesem Fall wahrscheinlich nicht. Das ist auch die Projektion zum Beispiel der Federal Reserve. Aber wir haben ein deutliches weiteres Absinken der Inflation. Hier siehst du einmal die Entwicklung der Inflation über die letzten Jahre hinweg. Wir sehen diesen riesen Anstieg im Jahr 2021, 2022. Wir sehen aber auch, wie die Inflation zurückgekommen ist seit Mitte 2022 in den letzten 18 Monaten. Aber trotzdem muss gesagt werden, die Inflation liegt immer noch deutlich über dem 2-Prozent-Ziel. Zwar ist die Komplettinflation, in der eben auch stark schwankungsanfällige Preise wie Energie, Nahrungsmittel mit eingerechnet sind, auf zuletzt 3,1 Prozent im November gesunken. Also schaut sich schon etwas weiter angenähert. Aber die Kerninflation, die geht eben genau solche schwankungsanfälligen Preise herausrechnen. Man muss eben sagen, ja, der Ölpreis ist zuletzt doch deutlich niedriger gewesen als noch im Vorjahr. In der Kerninflation sind es vor allem die Dienstleistungen, die hier die Preistreiber sind, aber auch der gesamte Bereich Immobilien. Und das ist ein absolutes Schwergewicht in der Zusammensetzung, dieses Index. Und da sieht man, dass wir mit 4 Prozent weiterhin beim Doppelten liegen, wie die Zielrate der Federal Reserve ist. Also zu sagen, die Inflation ist besiegt, wäre tatsächlich zu früh. Und deshalb ist es eben auch nicht unbedingt so wahrscheinlich, dass die Zinsen schnell gesenkt werden, sondern hier muss schon noch eine Abschwächung der Wirtschaft passieren. Hier muss eine Abschwächung der Nachfrage kommen, um wirklich auch in Richtung des 2-Prozent-Ziels weiterhin zu laufen. Wie gesagt, 2 Prozent am Ende 2024 sind im Bereich oder im Szenario des Softlandings noch nicht realistisch. Das geht dann erst Richtung 2025 oder gar 2026, aber zumindest eine klare Richtung in Richtung 2 Prozent sollte sich dann zeigen. Was bedeutet das also für die Zinsen? Die Fed hat ja in ihrer letzten Sitzung angekündigt, dass es eine Erwartung gibt, 75 Basispunkte werden gesenkt im nächsten Jahr. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass eben in so einem Szenario des Softlandings ab Mitte 2024 die Zinssenkungen einsetzen und dass wir eben so 75, vielleicht sogar 100 Basispunkte bis Jahresende sehen werden, eher in der zweiten Jahreshälfte, sodass wir dann einen Leitzins haben im Bereich 4 bis 4,5 Prozent bis Ende 2024, was ja bei einer Inflationsrate, die dann vielleicht irgendwo um die 2,5 Prozent liegt und die Situation ist deutlich in Richtung 2 Prozent, wie da weiter abgesunken ist, eine vergleichbare, reale Rendite bedeutet, wie wir das eben auch heute sehen. Und das war ja auch die Argumentation der Fed, warum die Zinsen eben dann sukzessive gesenkt werden sollen, wenn sie sehen, dass die Inflation sich wirklich in Richtung 2 Prozent entwickelt, damit eben hier keine weitere Verschärfung der finanziellen Bedingungen erfolgt, sondern die Realzins, so wahrscheinlich bei ungefähr 2 Prozent einigermaßen konstant gehalten wird. Blicken wir als nächstes auf die Unternehmensgewinne und hier wird eben erwartet, dass ein moderates bis durchaus kräftiges Wachstum bei Umsatz und Gewinn erfolgt. Die aktuelle Konsensschätzung der Wall Street lautet Gewinnwachstum 12 Prozent, also das ist schon wirklich ein kräftiges Wachstum und der Hauptgrund oder die Begründung dahinter ist, dass einfach die Reallohngewinne der Arbeitnehmer, die zweifellos passieren, da die Lohnsteigerungen höher sind als die Inflationsrate zum ersten Mal seit vielen Jahren, dass das zu robustem Konsum beiträgt und wenn 70 Prozent des BIPs, und so ist das in den USA nun einmal, an Konsum hängen, an den Konsumenten hängen, dann sind natürlich solche Reallohngewinne schon ein wirklicher Treiber für das Wachstum in Amerika. Gleichzeitig wird eben in diesem Szenario auch argumentiert, dass es eben einen geringeren Kostendruck gibt bei den Vorleistungsgütern und dass auch die Löhne dann sich, die Lohnsteiger sich 2024 wieder verlangsamen, sodass die Gewinnmargen eben stabil bleiben oder sogar weiter gesteigert werden können und dass also ein sehr günstiges Umfeld für Aktien entsprechend wäre. Was bedeutet das für die Börsenentwicklung? Nun, es wird erwartet, dass wir hier eben dann durchaus, und wir sehen das hier in dieser Grafik, die Prognosen sind da relativ optimistisch und werden auch momentan reihenweise angehoben, sodass also ganz klar, Stände im S&P 500 bis Ende 2024 von über 5.000 Punkten durchaus jetzt 5.100, 5.200 Punkten gesehen werden. Und das halte ich in so einem Szenario auch für absolut realistisch. Ich würde sogar sagen, wir werden eher am oberen Rang der Prognosen den S&P 500 sehen, wenn es wirklich zu diesem Szenario kommt. Denn das ist wirklich ein sehr, sehr optimistisches Szenario und das wird die Euphorie und die Fantasie der Anleger in Amerika vor allem weiter befeuern und somit dürfen wir eben auch ein relativ starkes Wachstum, einen sehr starken Anstieg wieder in den engen GCs sehen, sodass ich eben hier mit etwas vorstellen könnte, dass wir die optimistischen Prognosen hier von 5.200, 5.300 Punkten zumindest im Laufe des Jahres und wahrscheinlich auch tendenziell in Richtung Jahresende 2024 sehen werden. Mir also solltest du in diesem Fall investieren, wenn es wirklich zu einem Softlanding kommt. Nun, ich erwarte in diesem Fall eine ganz klassische, typische Saisonalität auch im Jahr 2024 im Verlauf des Börsenjahres. Wenn dich dieses Thema Saisonalität mehr interessiert, ich habe dir hier das Video verlinkt, wo ich einmal ausführlich darüber ein Video gemacht habe. Schau dir das gerne an und erfahre mehr dazu. Was bedeutet das jetzt konkret für das Jahr 2024? Schauen wir es uns gemeinsam an. Nun, wir sollten dann im Laufe des Januars eine erste positive Tendenz sehen und sollten uns dann auch relativ schnell voll investieren im Januar, da ich einen Anstieg bis etwa den Mai, Juni hinein erwarte. Im Mai, Juni ist es dann an der Zeit, Gewinne mitzunehmen und dann eben über den Sommer und die Herbstkorrektur entsprechend abzubauen. Auf der anderen Seite dürfte es dann eben auch ab Oktober wieder zu einer Jahresendrallye kommen und da sollten wir dann in der Herbstkorrektur hinein wieder entsprechend hier uns voll investieren. Also ein klassischer saisonaler Verlauf mit einem Anstieg des Aktienmarkens. Trotzdem gebe ich dem Ganzen nur eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass das wirklich so eintritt. Warum die Wahrscheinlichkeit so gering? Nun, nach so einem Zinsanhebungszyklus, wie wir ihn von der FED gesehen haben, ist es einfach die absolute Ausnahme und nicht die Regel, dass es zu einem wirklichen Softlanding kommt. Und warum das Softlanding so unwahrscheinlich ist und warum es eher zu einer Rezession kommt, das müssen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen im Szenario 2. Schauen wir uns also dazu die Annahmen an. Beginnen wir wieder bei der Konjunktur und der Geldpolitik. In dem Softlanding-Szenario ist es ja so, dass die Annahme ist, der Konsum bleibt robust. Die Begründung hierfür ist der positive Effekt. Mit den Reallohnsteigerungen. Das ist auch keinesfalls abzuwiegeln, sondern natürlich ist das erst mal ein Faktum. Trotzdem blendet es negative Effekte aus. Welche sind diese negativen Effekte? Nun, die Haushalte haben keine Überersparnisse mehr aus der Pandemiezeit, denn die haben sie ja ausgegeben. Und das waren immerhin Anfang 2023 noch 2,5 Billionen Dollar. Also schon ein sehr, sehr großer Betrag. Aber der ist ausgegeben und hat das Wirtschaftswachstum schon 2023 befreit. Und damit auch eine sehr hohe Vergleichsbasis geschaffen. Also das ist definitiv schon mal ein negativer Effekt, dass diese zusätzlichen Gelder nicht mehr zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sind die Haushalte mit immer stärker steigenden Kreditkosten konfrontiert. Klar, wenn Haushalte ihre Hypothek umschulden müssen, kostet die jetzt viel, viel mehr als vor ein paar Jahren, als die Zinsen noch deutlich niedriger waren. Das steigert die monatliche Belastung. Auch Kreditkartenzinsen. Und die Amerikaner sind auf Rekordständen mit Kreditkartenschulden versorgt oder haben Rekorde an Kreditkartenschulden angehäuft. Auch hierfür steigen die Zinsen immer weiter. Also damit auch die monatlichen Zinsbelastungen. Und das alles in allem nimmt natürlich einfach Kaufkraft wieder weg. Auch aus diesen Reallohnsteigerungen, denn das müssen sie ja bezahlen. Außerdem sind ja seit September bzw. mit den Zahlungen ab Oktober 2023 die Studienkredite, die wieder komplett zurückgezahlt werden müssen. Und somit haben wir 2024 das erste Jahr, in dem Studienkredite wieder komplett zurückgezahlt werden müssen. Was eben auch zusätzliche Kaufkraft von den Verbrauchern nimmt. Und das sind nicht gerade wenige. Das betrifft rund 40 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter in Amerika. Und schauen wir einfach mal in den ersten Monat, in den Oktober. Da war es schon so, dass 40 Prozent der Amerikaner ihre Studienkredite nicht oder nicht vollständig zurückbezahlt haben, weil ihnen einfach das Geld gefehlt hat. Also von daher wird das hier wirklich zu so großen Konsumsteigerungen kommen. Ich glaube nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass dieser Positiveffekt der Reallohnsteigerungen überkompensiert wird durch die negativen Effekte aus Ersparnissen, die nicht mehr da sind, aus steiligen Kreditkosten, aus der Belastung durch die Studienkredite und dass somit der Konsum unter Druck bleibt und vielleicht sogar zurückgeht im nächsten Jahr, was ja dann gleichbedeutend wäre mit einer geringeren Nachfrage und somit einer Rezession. Erste Hinweise, die wir darauf haben, sind die PMI, also die Einkaufsmanager-Indizes, die in den letzten Monaten doch eine klare Abwärtstendenz entwickelt haben, auch wenn sie sich jetzt für den Dezember wieder deutlich nach oben entwickelt haben, genauso wie das Verbrauchervertrauen. Aber trotzdem, wir sehen hier schon übergeordnet eine Abwärtstendenz seit einigen Monaten. Und auch die Delinquency Rates, also diese Zahlungsausfälle, seien es Kreditkarten, seien es Studienkredite, die sind in letzter Zeit massiv nach oben gegangen, auch Firmeninsolvenzen, dieses Chapter 11, wie es da in Amerika heißt, also eine Insolvenz in Eigenverwaltung, die Raten sind hier in den letzten Wochen und Monaten deutlich nach oben geschossen. Also es gibt hier erste Hinweise, die vielleicht sagen, das Softlanding-Szenario könnte etwas zu optimistisch sein. Wenn dann irgendwann die Arbeitslosenquote noch steigt, weil ja auch durch die höheren Löhne die Arbeitskosten für die Firmen steigen, ja dann dürfte der Konsum in jedem Fall zurückgehen und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist doch sehr, sehr hoch. Weiter dürfen wir nicht vergessen, die Zinsanhebungen werden ihre volle Wirkung erst 2024 entfalten. Hier in dieser Grafik sehen wir einmal die Prognose für Europa, wo wir jetzt sehen, dass eigentlich erst so in der zweiten Jahreshälfte 2024 die Wirkung voll zuschlägt. Das sind die typischen 18 Monate, die eben vergehen nach dem Peak, nach der letzten Zinsanhebung, bis diese wirklich sich in der Wirtschaft voll zeigt. Wir hatten sie in den USA im Juli 2023, also wären wir eben so in der zweiten Jahreshälfte 2024, bis wir dann die hohen Zinsen so richtig zu spüren bekommen. Und auch wenn diese Grafik jetzt hier für Europa ist, aber in Amerika sieht das sehr, sehr ähnlich aus. Und so gesehen dürfte also hier der Druck weiterhin einfach durch die hohen Zinsen abwärts gerichtet sein in der Wirtschaft für Amerika. Ja, was bedeutet das wahrscheinlich für die Inflation? Wenn es wirklich zu einer Rezession kommt, also die Nachfrage zurückgeht, haben die Firmen keine Preissetzungsmacht mehr, dann dürfte die Inflation in jedem Fall auf 2% oder sogar darunter zurückgehen. Und dann dürften ab Mitte 2024, wenn also klar ist, ja, es wird zu einer Rezession kommen, die Zinsen deutlich gesenkt werden. Also ich rechne wirklich damit, dass hier 2-3% Zinssenkungen dann auch in großen Schritten kommen werden, sodass wir ein Leitzins irgendwo Ende 2024 in Amerika bei 2,5 bis 3,5% sehen und die FED in jedem Fall zurückkehrt zu einer stimulierenden Geldpolitik, um eben diese, um die Rezession entsprechend zu bekämpfen. Was bedeutet das also für die Unternehmensgewinne? Natürlich, sinkende Umsätze aufgrund von sinkender Nachfrage führen auch zu sinkenden Gewinnen. Während die Bewertung der Aktien aber mittlerweile sehr, sehr hoch ist, würden also bei sinkenden Umsätzen, beim sinkenden Gewinnen, die Bewertungen noch weiter steigen und damit die Überbewertung der Aktien noch weiter zunehmen. Außerdem, Kosteneinsparungen und Entlassungen werden die Folge sein, denn klar, wenn Firmen hier unter Druck stehen, das werden sie nicht einfach hinnehmen, sondern sie werden entsprechend dann auf die Kostenbremse treten und gerade in Amerika, wo ja der Arbeitsmarkt sehr, sehr flexibel ist und Leute wirklich sehr, sehr schnell auch entlassen werden können, wird das dann auch relativ schnell passieren, sodass also hier die Arbeitslosigkeit deutlich zunimmt. Was bedeutet das dann für die Börsenentwicklung? In so einem Fall dürften wir eine relativ hohe Volatilität an den Börsen sehen. Wir sehen hier auf dieser Grafik die Divergenz zwischen der realen Rendite, also sprich Leitzins abzüglich, beziehungsweise Anleiherenditen abzüglich der Inflation, die wir jetzt also deutlich wieder im positiven Bereich haben. Die Kurve hier ist invertiert oder die Skala ist invertiert und die Aktienmarktbewertungen und die haben sich seit Mitte 2022 deutlich entkoppelt. Während also in den Jahren zuvor hier ein relativer Gleichlauf war zwischen der realen Rendite auf Anleihen und auf der anderen Seite den Aktienmarktbewertungen gab es eben seit Mitte 2022 hier eine deutliche Divergenz. Während also die realen Renditen gestiegen sind, die Renditen gestiegen sind in den realen Bereich, sind die Aktienmarktbewertungen auch weiter gestiegen, sodass also die relative Attraktivität von Anleihen gegenüber Aktien immer weiter zugenommen hat. Und das geht im Regelfall alles nur eine Zeit lang gut und dann dürfte das Ganze eben in sich zusammenfallen. Und wie gerade schon erwähnt, sollte es dann wirklich noch dazu kommen, dass die Bewertung der Aktien noch höher wird aufgrund der sinkenden Gewinne, dann könnte man also hier wirklich mit einem deutlichen Rückgang und damit eben der deutlich höheren Volatilität bei den Aktien rechnen. Ja, somit könnte es ein Börsenjahr werden, ähnlich wie wir es 2022 auch gesehen haben. Und Rezessionen führen in der Regel eben zu Rückgängen an der Börse von 20 bis 30 Prozent. Wir sind jetzt wieder ungefähr da, wo wir auch Ende 2021 standen. Also würde eine Wiederholung des Börsenjahres 2022, wo wir auch schon solche Rückgänge gesehen haben, ein Testen der Tiefstände aus dem Jahr 2022 bedeuten. Wahrscheinlich auch wieder so Richtung Herbst dann, also Herbst 2024. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann wahrscheinlich einen Endstand von circa 4.000 Punkten im S&P 500 erleben werden. Wie setzt sich das zusammen? Nun, wir dürften dann Richtung Herbst die Tiefs testen bei 3.500, 3.600 Punkten und von dort dann wirklich einen Boden ausbilden, der uns dann ja auch wieder mit einer Art Jahresentrallye auf circa 4.000 Punkte zurückführt. Natürlich, das kann etwas mehr, das kann etwas weniger sein. Aber in einem Szenario, wo wir wirklich in eine Rezession fallen, wäre das für mich einfach, ein wahrscheinliches Szenario. Wenn es also jetzt zur Rezession kommt, wie solltest du dann investieren? Nun, zunächst einmal sollten wir im Januar dann schon eine erste Tendenz sehen, nämlich eine negative Tendenz. Wenn wir das sehen, dann solltest du in jedem Fall verkaufen und Cash aufbauen. Wichtig ist in diesem Szenario in jedem Fall, dass du ein gutes Risikomanagement hast. Zum Thema Risikomanagement habe ich dir auch hier mein Video verlinkt, wo ich auch genau dieses Thema schon mal intensiver bearbeitet habe und vorgestellt habe. Wichtig ist es auch, wenn du mutig bist und wenn du möchtest, kannst du dir auch von den fallenden Kursen entsprechend profitieren mit Short-Positionen. Wie schon angedeutet, ich rechne im Herbst dann mit den Tiefständen und dann solltest du auch im Herbst mutig wieder zugreifen und wieder einkaufen. Das würde also dann ungefähr so aussehen. Wir sehen hier zu Beginn des Jahres einen Abstieg, dann eine Erholung in die Mitte hinein, die Herbstkorrektur und anschließend dann eine Jahresendrallye. Das heißt, ein typisches ABC-Muster zunächst einmal bis in den Herbst hinein und dann eben wieder eine kleine Jahresendrallye. Kaufen sollten wir eben hier versuchen. Dem Ganzen gebe ich eine Wahrscheinlichkeit von immerhin 60%, dass dieses Szenario doch am Ende auch eintritt. Also relativ wahrscheinlich aus den Gründen, die ich dir ja genannt habe. Die entscheidende Frage ist natürlich jetzt, wann wissen wir denn, wann wir von dem Szenario 1 auf das Szenario 2 überschwenken? Und da müssen wir aber sagen, wenn wir uns einmal die vorausschauenden Indikatoren anschauen, wie Einkaufsmanager-Indizes, wie Verbrauchervertrauen, Leading Economic Indicators, die Bond-Renditen, den Economic Surprise Index, den Auftragseingang, dann sind das alles Indikatoren, die heute bereits in Richtung Rezession zeigen. Und die Börse wird diese Rezession vorwegnehmen. Bislang hat sie es noch nicht getan. Was ist daran falsch? Nun, ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Rezession in Amerika erst Ende 2024, Anfang 2025 sehen werden. Und das bedeutet letztlich, dass wir eben, ja, dann auch jetzt erst 2024 die Rezession in die Kurse einpreisen werden. Letztlich ist es so, die Jahre vor der Rezession sind an der Börse immer die schlechten, weil es ja vorweggenommen wird, während die Rezessionsjahre selbst die guten Jahre an der Börse sind. Deshalb könnte ich mir eben gut vorstellen, wie hier gezeigt, 2024 wird ein schlechtes Börsenjahr, dafür 2025 wieder ein sehr gutes Jahr in diesem Szenario Rezession, auch wenn die Rezession erst dann im Laufe von 2025 überwunden wird. Aber auch das wird die Börse dann wieder vorwegnehmen. Wie ist aber die Realität? Die Notenbanken betreiben ihre Geldpolitik anhand der nachlaufenden Indikatoren wie Wirtschaftswachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit. Und das ist genau das Problem. Wenn wir der Wirtschaft bereits hier sind, dann erst sehen wir die Daten, die hier diesen Kipppunkt, diesen Inflection Point uns anzeigen, in diesen Nachlaufindikatoren und erst dann wird die Notenbank reagieren. Die Notenbanken werden zögern, die Zinsen zu senken, weil sie Angst haben, dass die Inflation wieder anzieht. Und deshalb, während wir eben heute schon mit den Frühindikatoren sehen, dass es in diese Richtung geht, ist es einfach so, die Notenbanken schauen sich noch das hier an. Und deswegen glauben alle momentan an das Softlanding. Aber wenn wir in der Realität bereits hier sind, dann werden uns erst die Daten anzeigen, oh, es könnte kippen und erst dann werden die Notenbanken reagieren. Aber dann ist es bereits zu spät. Jetzt haben wir also gesehen, wir haben hier 10% und 60%, fehlen also nach Adam Riese, noch 30% für unser Szenario 3. und das habe ich einmal Finanzkrise 2.0 genannt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, ich bin kein Crash-Prophet und das ist auch nicht so, dass das eine zwangsläufige Entwicklung ist. Darum geht es mir gar nicht. Sondern ich möchte einfach nur Szenarien aufzeigen, was passieren kann. Und letztlich ist es eben so, sollte es hier zu einer Rezession kommen, kann sich aus der Rezession heraus auch eine Finanzkrise entwickeln, weil es zu Unfällen kommen kann. Eins müssen wir aber klar sagen, in der Realwirtschaft wird die Ursache dafür nicht liegen. In der Realwirtschaft kann es hier nur zu einer Rezession kommen. Wenn es wirklich zu einer Finanzkrise kommt, dann liegt die Ursache in jedem Fall in der Finanzwirtschaft oder im Immobiliensektor. Aber deren Bedeutung ist so groß und dort ist der Schuldenhebel so groß, dass es eben zu Unfällen kommen kann, wenn es eben hier zu entsprechenden Kreditausfällen kommt und dann kann sich so ein Szenario entwickeln. Wie gesagt, ich bin kein Crash-Prophet und ich will auch nicht hier den Teufel an die Wand malen. Ich sage auch nicht, dass es eine zwangsläufige Entwicklung ist. Ich sage nur, es kann passieren und ich möchte dir die Risiken aufzeigen, warum das hier durchaus mitgedacht werden muss. Das mit Abstand größte Risiko für genau dieses Szenario liegt in der sinkenden Geldmenge. Denn genau dieses führte in der Vergangenheit immer zum Crash an den Börsen. Wir sehen hier auf dieser Grafik, dass sich normalerweise die Notenbank-Bilanz und auch der Nasdaq 100 relativ im Gleichlauf bewegen. Gewisse Abweichungen haben wir gesehen. Wir haben zum Beispiel hier gesehen, Ende 2021 war der Nasdaq schon etwas zu weit gelaufen. Das wurde 2022 korrigiert. Da ist sogar schon etwas zu viel Negativität eingepreist gewesen. Aber seit im März diesen Jahres die FED, die Regionalbanken in Amerika wieder gerettet hat, seither haben wir da eine völlige Entkoppelung zwischen der FED-Bilanz, die weiter sinkt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dem Nasdaq 100, der schon wieder sein Allzeithoch erreicht hat. Und das ist genau dieses völlig auseinanderlaufen zwischen Realwirtschaft und den Aktienmärkten, aber auch selbst der Geldpolitik. Denn während die Geldmenge schrumpft und wir eine deutlich geringere Geldmenge haben, aufgrund der Reduzierung der FED-Bilanz liegt der Nasdaq auf Allzeithoch. Also irgendetwas passt hier nicht zusammen. Und wir sehen es auch auf diesem Slide, das sieht zwar aus Europa, aber für Amerika sieht das sehr ähnlich aus. Die Geldmenge schrumpft tatsächlich. Das ist aber nicht nur die FED-Bilanz oder die Notenbank-Bilanz, in dem Fall die EZB-Bilanz, die macht ja das Gleiche. Nein, es sinkt auch wirklich die Geldmenge. Das heißt, es steht immer weniger Geld im Kreislauf zur Verfügung auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind die Aktienmärkte auf Allzeithoch. Und es ist nun mal so, die Liquidität für einen Markt, das ist nicht irgendetwas, sondern im Vergleich zu allem anderen, wie Unternehmensgewinne, Börsen, Psychologie, all diese Dinge sind völlig untergeordnet einem einzigen Punkt, der Liquidität. Ohne Liquidität wird eine Börse niemals steigen können und diese sinkt gerade. Und das macht eben hier genau dieses Risiko aus und in der Vergangenheit haben solche Dinge immer zum Crash geführt. Man muss sich bewusst sein, eine solche Reduktion der Notenbank-Bilanzen, wie wir sie aktuell sehen, gab es zuletzt nach der großen Krise 1929. Und das war der größte Börseneinbruch der letzten 150 Jahre. Also, wenn das kein Risiko ist, dann weiß ich auch nicht. Blicken wir also für dieses Szenario auch wieder in die einzelnen Rubriken. Was passiert dann mit der Konjunktur und der Geldpolitik? Nun, die Rezession, die dem ganzen Jahr erstmal vorausgeht und die das Ganze triggert, führt zu Privatinsolvenzen, weil Leute sich einfach ihre Schulden nicht mehr leisten können, die sie aufgeholt haben, weil es einfach viel zu viele auch private Schulden gibt. Wir sehen das hier auf dieser Grafik. Die Leistbarkeit von Häusern war noch nie so schlecht in der Historie. Das heißt, heute brauchen wir, brauchen die Amerikaner fast das Achtfache ihres Einkommens, was sie eben hinlegen müssen für ein neues Haus. Das ist höher als damals in der Hausblase kurz vor der Finanzkrise 2008, 2009. Noch schlechter. Es gab es niemals in den letzten mehr als 70 Jahren. Also, daran sieht man schon, dass ein unglaublicher Druck auf den Immobilienmarkt lastet und wenn so viele Schulden gebraucht werden, um überhaupt sie ein Haus zu kaufen, wenn jetzt noch Umschuldungen passieren, weil alte Hypotheken auslaufen und refinanziert werden müssen, dass das nicht gut gehen kann, das dürfte sich von selber erklären. Außerdem sehen wir auf dieser Grafik, die Kreditkartenschulden der Amerikaner sind auf absolutem Rekordniveau, haben mittlerweile die Höhe von einer Billion US-Dollar überschritten und das bei einer durchschnittlichen Verzinsung von 24 Prozent mittlerweile. Das heißt, auf eine Billion Dollar Schulden entstehen alleine in einem Jahr 240 Milliarden Dollar an Zinszahlungen. Wie das funktionieren soll, ist mir ein Rätsel. Das ist ein Risiko, das ist eine tickende Zeitbombe und deshalb eben auch hier ganz klar ein großes, großes Risiko für die US-Konjunktur und damit natürlich auch für die Aktienmärkte. Denn all das führt eben dann dazu, dass eben nicht nur der Gewerbeimmobilienmarkt, der ja heute schon unter Druck steht, weil es zum Beispiel in Kalifornien, San Francisco und dieser Gegend gibt, das sind 60, 70 Prozent Leerstandsquote. Das heißt, nicht nur dieser Gewerbeimmobilienmarkt gerät dann unter Druck und führt zu Kreditausfällen bei den Banken, sondern eben auch der Wohnimmobilienmarkt gerät unter Druck, weil es zu mehr und mehr Hypotheken ausfällen kommt. Und das erzeugt dann einen Riesendruck im Finanzsystem in Verbindung mit der sinkenden Geldmenge und irgendwo platzt dann eine Bombe. Gleichzeitig haben wir ja eine globale Synchronicität von Immobilienkrisen. Das heißt, in diesem Fall sind dann China, da haben wir die Immobilienkrise schon. In Europa verschärfte sich gerade, man denke nur an die Pleite des Signar-Imperiums von dem Österreicher Benko und dann kämen die Amerikaner auch noch dazu. Also hätten wir global in den beiden oder in den drei großen Weltregionen jeweils eine Immobilienkrise. Also wie das gut gehen soll, das soll mir dann einer erklären. Also hier in so einem Fall würde es ganz klar eine sehr tiefe Rezession oder sogar eine Depression geben. Wir würden also mit Sicherheit etwas wiederholen, wie wir es auch 2008, 2009 gesehen haben. Vielleicht zunächst einmal sogar noch schlimmer. Für die Inflation dagegen ist das natürlich ein gutes Zeichen, denn die wird auf klar unter zwei Prozent sinken. Vielleicht werden wir sogar eine Deflation dann sehen im Laufe des Jahres 2024. Und was die FED-Politik dann betrifft, ist klar, hier werden in so einem Szenario, wenn es wirklich zu einem echten Kollaps kommt, wird die FED im zweiten Halbjahr die Zinsen wieder in Richtung 0 Prozent in absoluten Notaktionen senken, ein neues Quantitative Easing, also QE-Programm auflegen und die Kapitalmärkte werden massiv mit Liquidität geflutet. Und ich könnte mir vorstellen, sollte es wirklich zu einem solchen Extremszenario kommen, dann ist zwar das Gelddrucken, was wir vor vier Jahren gesehen haben, im Rahmen der Corona-Pandemie noch wirklich ein kleines, ein leichtes Lüftchen, dann dürfte Geld gedruckt werden, dass es kein Morgen mehr gibt und die großen Schulden und Schuldenlöcher mit noch viel, viel mehr Schulden zugekippt werden, also das dürfte wirklich ein absolutes Ertränken der Märkte in Liquidität bedeuten. Was würde das für die Unternehmensgewinn aber zunächst bedeuten? Naja, wenn die Leute ihre Jobs verlieren, wenn sie immer mehr unter Druck geraten und Angst haben müssen, dass sie in die Insolvenz gehen, sie werden ängstlich und auch die Insolvenz dazu führen dann zu einem sinken der Nachfrage und das wiederum zu sinken, umsetzen und gewinnen oder eben auch gar Verlusten bei den Unternehmen. Klar, die aktuellen Aktienbewertungen sind für dieses Szenario viel, viel, viel zu hoch, also das viel Luft nach unten und die Unternehmen würden dann natürlich in so einem Kollaps Investitionen komplett zusammenstreichen, Mitarbeiter entlassen, die Kosten runterfahren, wo es nur geht, also das gibt eine richtige Abwärtsspirale dann für die Unternehmen und damit natürlich auch für die Aktienmärkte. Ja, was bedeutet das für die Börsenentwicklung? Höchstwahrscheinlich dürfen wir dann eine Entwicklung sehen, wie ähnlich war wie eben 2008. Das heißt, im Herbst 2024 könnte ich mir vorstellen, dass es dann zu einem regelrechten Börsencrash kommt. Und in so einem Börsencrash sind eben Rückgänge von 40 bis 50 Prozent an der Börse absolut wahrscheinlich und normal und die Tiefstände, die wir im Herbst 2022 gesehen haben, würden wir dann noch deutlich unterbieten. Also eine S&P 500 könnte ich mir vorstellen, dürfte dann deutlich unter 3000 Punkte fallen und wahrscheinlich dann, ähnlich wie wir es auch 2008, 2009 gesehen haben, dürfte dann das Aktienmarkt tief in diesem Szenario erst in Richtung Frühjahr 2025, vielleicht ja dann wieder der März 2025 erreicht werden. Also dann geht es noch deutlich tiefer, als wir das schon im letzten Jahr gesehen haben. Wie also solltest du dich jetzt wirklich, wenn es zu so einer großen Krise kommt, verhalten beim Investieren? Nun zunächst einmal, wir werden dieses Szenario nicht sehen vor Mitte des Jahres 2024. Das ergibt sich dann quasi als eine negative Weiterentwicklung aus dem Szenario 2, aus der Rezession heraus. Das sehen wir dann, wenn sich die Risiken gegen Mitte des Jahres verdichten, dann kann das passieren und dann kann es auch wirklich zu einem Crash kommen, den ich aber erst wenn dann im Herbst 2024 erwarte, mit dem Tief im Frühjahr 2025. In jedem Fall gilt es dann, sollten sich da die Risiken verdichten, Cash aufzubauen, so viel wie möglich. Und dann kannst du nach diesem großen Crash im Herbst deine ersten Positionen aufbauen, weil nicht jede einzelne Aktie wird dann noch mal neue Tiefs im Frühjahr ausbilden. Das ist auch das gleiche, was wir im Jahr 2008, 2009 erlebt haben. Und trotzdem musst du den Großteil des Cash zurückhalten für das Frühjahr 2025. Wird also dann ungefähr so aussehen. Am Anfang genauso wie hier im Szenario 2. Wir werden einen Rückgang sehen, eine Erholung, aber dann wirklich einen Crash im Herbst mit einer kleinen Erholung Richtung Jahresende und einer finalen Abwärtswelle Richtung Frühjahr 2025. Und wir müssen dann hier und hier uns entsprechend einkaufen. Natürlich, wenn du mutig bist, kannst du auch wieder auf Short Positionen setzen, um an diesem Anstieg hier zu partizipieren. Ganz, ganz wichtig und super, super wichtig ist hier ein gutes Risikomanagement. Die große Frage ist natürlich jetzt, wie kann es dann zu einem Szenario 3 zu einer Finanzkrise kommen. Ironischerweise ist es genauso. Wenn wir hier relativ lange von einem Soft Landing bleiben, weil die Wirtschaft stark bleibt, dann werden auch die Zinsen relativ lange hoch bleiben. Diese hohen Zinsen in einer so verschuldeten Wirtschaft, wie es aber auch in Amerika der Fall ist, das wird dazu führen, dass es unter der Oberfläche zu ersten Schäden kommt. damals die Insolvenz von Lehman Brothers 2008 war. Klar ist aber auch, sowas lässt sich auf gar keinen Fall seriös im Vorfeld prognostizieren. So etwas passiert dann, wenn es passiert. Das Wichtige dabei ist, dass wir einfach die Augen und Ohren offen halten müssen, die Risiken im Auge behalten müssen und dann darauf uns einstellen können und müssen. Denn wenn wir hier an diesen Kipppunkt kommen, an diesen Inflation Point, dann ist es bereits zu langsam die Zinsen zu senken, weil wir uns in der Rezession befinden, aber es ist zu langsam, um dieses Ereignis noch zu verhindern. Und dann kann das schlicht und ergreifend einfach passieren. Wir müssen aufpassen, dass auf die Risiken und dann uns entsprechend verhalten. Das Gute allerdings ist, da wir auch hier im Herbst erst kaufen würden, bis dahin wissen wir, ob der Crash da ist oder nicht. Wir müssen aber die Risiken sehr gut im Auge behalten und sollten sich die Anzeichen verdichten, dass es dazu kommen kann, unbedingt viel Cash vorhalten und dann wissen wir, ob wir nur eine Korrektur sehen oder einen Crash sehen im Herbst nächsten Jahres und dann würden wir nicht voll investieren, sondern nur einen kleinen Teil, wenn wir hier bleiben, versuchen sehr schnell voll zu investieren. In der aktuellen Situationen ist es nahezu unmöglich wirklich die Börsenentwicklung für 2024 vorherzusagen und deshalb müssen wir eben mit verschiedenen Szenarien arbeiten und dann genau beobachten und entsprechend die Risiken einschätzen, um zu sehen, in welchem Szenario wir uns gerade bewegen. Es wird auch 2024 sein und das ist die Konstante. Amerika wird vorangehen, die europäischen Börsen werden dem folgen. Also müssen wir vor allem auf Amerika schauen und die Risiken dort im Auge behalten, denn die europäischen Börsen werden das entsprechend nachvollziehen. Damit du das nicht alleine tun musst, sondern wir gemeinsam die Börsenentwicklung 2024 begleiten können, abonniere gerne den Kanal hier unter dem Video und dann verpasst du auch im neuen Jahr kein Video mehr und bist immer bestens informiert. Zur Entwicklung selber wird es so sein, im ersten Halbjahr werden wir sehen, ob wir das Szenario 1 oder das Szenario 2 bekommen. Ich persönlich check Szenario 1 aus den Gründen die ich genannt habe. Es gibt aber noch zwei weitere Gründe die dafür sprechen, dass es eher zu einer Rezession kommt als zu einem Softlanding. Der erste Grund ist die Entwicklung die wir seit Ende Oktober gesehen haben. Diese Fahnenstangen ist ein typisches Verhalten für das Ende einer Aufwärtsbewegung. Eine finale Übertreibungsphase. Das hat in der Vergangenheit zu häufig zu anschließenden Bärenmärkten geführt. Das werden wir relativ schnell Anfang Januar sehen, wie die Entwicklung da weitergeht. Auf der anderen Seite hatten wir auch in diesem Jahr eine völlige Entkopplung von einzelnen Aktien vom Rest des Marktes. Das waren die Magnificent Seven, die großen Sieben Tech Aktien in den USA, die die Indizes fast im Alleingang auf neue Höhen getrieben haben. Das gab es in Vergangenheit auch schon im Jahr 2000 waren es die Dotcom Unternehmen und Anfang der 1970er Jahre die sogenannten Nifty Fifty das waren fünf Aktien aus dem Konsum und Industrie Sektor die damals den Markt angetrieben haben. das ist immer sowohl in 70er Jahren als auch im Jahr 2000 kam es anschließend zu Bären Märkten und deswegen auch das ein Hinweis darauf dass es auch dieses Mal eben eher wieder zu einem Bären Markt kommt in dem diese Überbewertungen letztlich abgebaut werden im zweiten Halbjahr werden wir sehen wie sich das Ganze weiterentwickelt also sollten wir im ersten Halbjahr in die Rezession andeuten dann geht es im zweiten Halbjahr darum bleibt es bei der Rezession oder rutschen wir in eine finanzkrisen artige Situation das müssen wir beobachten aber klar das jetzt wenn du mich fragst was wäre mein Lieblings Szenario dann sage ich dir Szenario 2 wäre mein Lieblings Szenario warum nein es ist nicht damit ich jetzt recht behalte oder weil ich dem die höchste Wahrscheinlichkeit gegeben habe sondern ich wünsche mir das Szenario 2 weil ich sage dann sind diese ganzen Übertreibungen die wir gesehen haben in der Covid Zeit während der Pandemie die werden können und dann auch in Richtung 2025 und später wieder wirklich einen tragfähigen und nachhaltigen Boden für nachhaltig steigende Kurse sehen im Szenario 1 wäre das nicht der Fall denn da steht diese Bereinigung weiter aus die Bewertungen sind weiterhin zu hoch und das Ganze wird nur in die Zukunft verschoben das fände ich richtiges Geschenk quasi aber ich wünsche es mir nicht weil so ein Szenario kommt mit vielen Verwerfungen einher und es bedeutet viel Leid für viele Menschen und das wünsche ich mir nicht das wünsche ich niemand außerdem würde es bedeuten dass Regierungen und Notenbanken komplett in Panik verfallen und hinterher nur noch mehr Geld gedruckt wird als sowieso schon während der Pandemie Zeit die Folge sind nur noch größere Verwerfungen und das wünsche ich mir auch nicht weil das ist kein nachhaltig wirklich dann gute Situation für auch wieder steigende Kurse deshalb persönlich wäre mir Szenario 2 am liebsten aber die Börse ist bekanntlich kein Wunschkonzert sondern wir müssen es nehmen wie es kommt das können wir gerne zusammen tun also bleibt dem Kanal treu und ich wünsche dir alles alles Gute für deiner Börsenerfolg im Jahr 2024 ich hoffe diese drei Szenarien reden dich zum Denkengang machen dich wachsam für das was an der Börse passiert folge mir gerne ich versuche dir das auch über das Jahr hinweg immer wieder neu zu zeigen die Informationen dazu zu geben wo wir gerade stehen und damit alles Gute für deinen Investmenterfolg im Jahr 2024 Dein Christian